Hallo und herzlich willkommen zur 105. Folge von Forza Horizon 4. Wenn man unschwer kennen kann, ist es Winter. Wenn man ebenfalls unschwer kennen kann, fahre ich ein ziemlich offroadfähiges Auto. Ich hoffe es ist offroadfähig, nämlich einen Offroad-Buggy von Alumincraft aus den U, S und A. Ein wunderbares Teil. Das Last-Ten-Race-Car. Mach mal das Design. Fürza Barg ist eigentlich auch ziemlich geil. Vor allem, wenn die schnell sind. Und schnell ist der auf jeden Fall. Werden wir gleich auch noch testen nach dem Tuning. Denn mit diesem Auto möchte ich heute die Saisonmeisterschaft fahren. Ich möchte jetzt mal ein wenig Tuning. Ich kann euch beruhigen, der Wagen kommt nicht auf die Teststrecke. Das hatte ich jetzt nicht geplant. So, Antrieb kann ich wechseln auf Allrad. Brauche ich glaube ich erstmal nicht. Und Motor geht, kann man wechseln auf den Top-A-Rally-Motor. Nö. Lass mal den Serienmotor. Ich habe bei dem Wagen nicht wirklich viel herausgefunden. Was ich Motor oder so, Antrieb und alles mögliche. Und welche Besonderheiten. Halt nur... Deswegen heißt es nicht umsonst Class-Ten. Weil das ist eine dieser Rennserien, in der AlumiCraft mitfährt. Es gibt auch noch andere Rennserien bei AlumiCraft. Ich glaube hier auch, die machen auch Trophy-Trucks. Verschiedene Arten von Buggies. Auch verschiedene Untergründe. Der ist jetzt hier für Desert Racing gedacht. Gibt auch, glaube ich, Rennserien auf anderen Untergrundarten. Ich glaube sogar auf befestigten Strecken. Aber das hier ist quasi Class-Ten. Das ist die Rennserie bei AlumiCraft. Wo heute dieser Buggie hier mitfährt. Bodenfrei ist auf jeden Fall da. Ich meine, die Meisterschaft, die ich fahren möchte, war für Querfeld-Einrennen gedacht. Ich denke, das sollte der Wagen eigentlich hinkriegen. Okay, Reifen, die sind jetzt nicht so breit. Wollen wir mal die dicken drauf machen. Obwohl das gar nicht mal so breit aussieht. Ich meine, 2,95 ist eigentlich eine Hausnummer. Aber das sieht jetzt gar nicht mal so breit aus mit dem Auto. Felgen kommen natürlich nicht größer. Aber wenn man möchte, kann man natürlich 21 Zoll drauf machen. Was aber vor allem bei den Felgen ziemlich bescheiden aussieht. Noch ziemlich wenig Sinn macht. Erstmal ein richtiger Reifen. Das Kerngetriebe ist schon drin. Okay, Gewicht. Oh. Das wird, glaube ich, knapp unter einer Tonne. Jetzt sagt, dem breiteren Reifen bin ich natürlich schwerer. Das ist mir klar. Knapp unter einer Tonne ist schon abendlich. Okay, Bremsen nehme ich sehr gerne. Andere Reifenbischung geht auch nicht. Okay. Ich denke mal, die Serienreifen sind schon sehr Offroad-fähig. So, wir haben hier 2,4 Liter. Ich schätze mal ein Vierzylinder. Ich weiß es aber nicht. Saugmotor, deswegen auch nicht so viel Drehmoment. Ich könnte da hochgehen auf 2,7 Liter. Aber wenn es ein Vierzylinder ist, sind halt 2,4 Liter Hubraum in der heutigen Zeit schon ziemlich viel. Ich kenne eigentlich kaum Marken, die so große Vierzylinder-Motoren hat. Außer Porsche und Subaru. Mit 2,5 Liter Boxer-Vierzylinder-Motor. Aus dem Cayman oder halt aus dem Impreza. Und Boxer natürlich. Aber sonst... An sich 2 Liter Maschinen sind auch schon ziemlich groß. Meistens so 1,4 Liter, 1,6 Liter oder dann auch noch Dreizylinder-Motoren teilweise. Hier haben wir es jetzt sogar A-Klasse. Ein bisschen Leistung würde ich schon haben. Die ist jetzt sehr mäßig nicht gerade langsam. So, der Seri misse ich 148 kW waren das? Oder wie viel hatte ich jetzt? 146 kW. Äh, keine Ahnung. 200 PS. Oh, ein bisschen mehr. Oder? Ja, grob gesagt 200 PS. Ganz grob gesagt. Ein bisschen mehr mache ich rein. Aber jetzt nicht so krass. Ich möchte hier mal Zündung, wenn wir mal 717 sind. Oder 170 kW. Nicht mal 300 Newtonmeter. Das hat der Seri-Alter meines Vaters mehr drin im Moment. Das tut eigentlich schon weh. Ach komm, das reicht. Daumen aus der letzten Folge, da war ja schnell genug. Wir hatten 50 Speciale. Da war ja schon ein richtiges Teil. Und da geht es wieder etwas gemächlicher. So, Top-Speed ich immer 200. Oh, 206. Na gut, die Fahrwechshöhe ist schon nicht schlecht. Kann man so machen. Aber, äh, wir wollten ja querfahrt einfahren. Also, Reifendruck runter, definitiv. Das ist für das Gelände generell keine dämliche Idee, den Reifendruck und, äh, generell zu machen. Weil, mehr Auflagefläche. Aber generell, jetzt mal so, für Praxistipp, Leute, die davon keine Ahnung haben, ist es gut, sich an die Vorgaben nähersteller zu halten. Und der empfohlen Reifendruck steht bei vielen Autos im Tankdeckel oder, äh, in der B-Säule unten oder, wie weiß ich, im Handbuch. Oder kann man halt googeln. Am besten an die Vorgaben halten und das ist am sinnvollsten. Ja, viel drüber kann nicht gut sein. Viel drunter kann nicht gut sein. Geht natürlich auch von der Beladung des Autos ab. Viel Gepäck oder sowas. Oder unbeladen. Gleich sollte man sich an die Vorgaben halten. Das sind ja auch, ich sag mal, Richtwerte. Wenn das 0,2 Bar mehr macht, dann bitte keiner den Kopf abreißen. Das Auto wird auch dadurch nicht explodieren. Aber auf einmal, äh, jetzt in meinen Korsal 3,5 Bar Luftdruck reinknallen, äh, das ist ja keine gute Idee. Ich glaube, 1,5 Bar ist jetzt auch nicht so unbedingt förderlich. Weil mehr Auflagefläche, vielleicht heißt es auch nicht, dass man irgendwie einen Grip hat oder dass es sicherer ist. Denn wenn der Wagen nicht wenig Luftdruck schwimmt, ist das schon nicht so geil. Noch aus Zeiten, noch in meiner Ausbildung als Kfz-Mechatroniker, da ich mal beim Reifenwechsel ein Auto gehabt, da hatten die alten Reifen, die hatten, glaube ich, 0,8 Bar Lade, äh, 0,8, äh, Lade, genau, 0,8 Bar Reifendruck. Oder 0,9 Bar hatte ein Reifen. Also, ich frage mich, wieso was eigentlich passieren kann. Muss aber was gewaltig faul gewesen sein. Na klar, mit der Zeit können die Reifen noch verlieren, das ist jetzt, äh, dass es nichts ungewöhnlich ist. Aber ich meine, mit 0,9 Bar rumzufahren, entweder wurde der Wagen nicht viel gefahren, weil das ist schon echt extrem wenig. Ja, bei den meisten Autos, also bei den, bei den kleinen oder Kompaktwagen haben sie um die 2 Bar. Jetzt in der Mittelklasse, oder, wo, o, 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 Ober-Mittelklasse geht, oder SUVs vielleicht so 2,5 Bar, oder sowas. Aber, selbst mit einem Smart ist 0,9 Bar definitiv zu wenig. Da kann man sich, denke ich mal, ziemlich einig sein. Dass das definitiv kein angewissener Luftdruck ist, für ein PKW. Für andere Fahrzeuge, vielleicht, oder für andere Fortbewegungsmittel, ich meine, auch Flugzeuge haben, Reifen, für die Landung. Ich weiß aber nicht, was da von Luftdruck, äh, sein muss. So. Wieder in der Messerschaft, Messerschaft von der Community. Okay. In 100 Metern rechts abbiegen. So. Ich bin hier im Winter. Wahrscheinlich werde ich noch in, es wird jetzt im Winter, glaube ich, drei Folgen geben im Let's Play. Wahrscheinlich fahre ich in eine von diesen Folgen, entweder den, äh, Quarz-regalier, der ist ein, glaube ich, dieses Offroad-Kit, oder mit Empresa. Mal gucken. Beide, glaube ich, nicht, aber ein von beiden, denke ich mir schon. So, das ist der Winter, definitiv, passende Jahreszeit. Ja, im Frühling gibt es auch, denke ich mal, wieder irgendwie, äh, krassen Autos. So Richtung S1 oder S2. Welche sportlichen Autos. Aber der eigentlich ist ja auch sportlich. Halt nur auf einer anderen Bord. In 400 Metern links abbiegen. Vielleicht auch sogar Rennstrecken. Sportlich. Rennstrecken gibt es ja nicht nur auf Asphalt. So hier, also, das ist mal falsche Kreuzung genommen. So wird das. Boah, ist hier noch weich. Die Straße ungibt sich einfach mit der Falle ein. Das ist eigentlich, äh, ziemlich gut. Weil du bist ja so ein paar Unnebenheiten. Wenn ich die Straße eigentlich schön glatt. War auch nicht unbedingt eine Weiche Federung. Aber mit der Falle ein oder so für Wüstenrennen. Super. Das war echt weich, Alter. Weil auch die Fahrwerkshöhe, ne? Über einen halben Meter. Oh ja. Ich habe mal gewissen, was der für Reifen hat. Bei ihrem Spiel. Ob der jetzt Geländereifen oder Fruteifeln verbraucht hat. Oder montiert. Ob das auch irgendwie andere oder spezielle Reifen sind. Weil man auch keiner, ich könnte die Reifen schon mal nicht wechseln. Also das wäre ja nicht normalerweise möglich. Also aus dem Drag-Auto bauen wird wahrscheinlich eher schwierig. Macht doch nicht so viel Sinn. Aber geht doch gar nicht. Weil ohne Drag-Reifen. Wir müssen ja noch kein Auto mit Drag-Reifen gefahren. Aber allein, was die Werte sagen, ist halt schon ganz bei einigen Autos. Denn vor allem auch, was ich in GT3 RS. Weil man eine halbe Sekunde schneller ist von 0 auf 100. Das ist halt schon übel. Die Nase hockt. Das ist halt schon ungewöhnlich. Du brauchst nicht auch, deswegen geht es da jetzt nicht gerade schlechte Reifen haben. Das sind schon ziemlich guter eigentlich. Zumindest wenn sie der Straßen zugelassen sind. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. So, was haben wir denn hier schönes? Wir haben hier Horizon XS Rallycross. So. In der Super Wheels-Bin gibt es eine Manuelspin und 15.000 Credits. Sehr gut. Es kommen jede Menge Leute, um sich dieses Wintersaisonrennen anzusehen. Also ab mit dir. Biete ihnen eine Show. Dann sind sie bei mir, glaube ich, falsch. Wenn sie eine Show sehen wollen. Aber egal. Ich weiß auch nicht, dass... Aber schön, dass ich das eigentlich finde. Das stimmt nicht, sogar der Monster-Schriftzug nicht mal so. Aber halt nur mit diesem aufgerissenen Maul. Das finde ich schon verdammt der Kerl ganz in Ordnung. So. Profi passt eigentlich. Ich mache mal ganz kurz einen Cut und begleite wieder da. So, da bin ich auch wieder. Let's go. Rennummer 1 von... 2 oder 3, weiß es gar nicht. Schön krankiges Getriebe. Vorzeit hat er auch mal direkt erfüllt. Man merkt, auf Asphalt ist der Wagen nicht wirklich zu Hause. Fühlt sich nicht ganz so wohl. Probiert es irgendwie schon süß, ne? Bis jetzt ist der Kerlfeld ein, so am Teil, naja. Ich glaube, jetzt wird es gleich deutlich besser. Er ist noch nicht so fast, der Kerlfeld ein. viel Asphalt. Sehr gut. so am Fahrverhalten so ein bisschen was von einem Porsche, und zwar an deren Sicht, was das Heck betrifft. Wenn man den unschwer kennt, dann hat der Wagen ja auch einen Heckmotor, wie die 911er. Das hält sich auch in Forza ein kleines bisschen eigenartig. eine große Runde, ne? Das ist doch ein Sprintrennen, ja gut, aber. Große Runde, soviel dazu, ne? Ich werde doch mal Augen aufmachen, dann siehst du auch, dass es ein Sprintrennen ist. Ich werde es Augen aufmachen, ist schwer, vor allem am Wochenende. Alter, Junge. Schick da. Lass mal die richtigen Leute durch. Okay. Ich habe noch nichts angerast. Die Checkpoints sind ziemlich eng gesetzt, also da abkürzend oder irgendwie so, wie ich es manchmal lieber voll nennen, Strecke ausnutzen. Das ist hier, glaube ich, aber nicht zu viel möglich. Ich habe ja auch die Strecke, die Streckenführung relativ unübersichtlich, finde. Die Checkpoints sind wirklich eng. War das nicht eine Verkennungsschaft oder war das doch Götland-Serie? Ja, das macht doch eigentlich auf keinen Fall ein bisschen mehr so. Und wenn schon, denn schon, ne? Ich meine, mit dem Lunch of Fulvia war natürlich in der Serie schon eine gute Wahl. Das wäre einig, das wäre einig oder Bullshit gewesen. Ich meine, bei so einem Auto. Ich meine, das hat eine Bodenfreiheit. Du brauchst ja nicht mal eine Hebebühne für, wenn du mit dem Auto wirst. Wir wechseln, ganz einfach. Also einfach von unten ran kommen. Ist da ganz entspannt bei dem Auto. So praktisch. Aber dafür nicht ein Hebebühne für den Uwe wechseln. Kann immer so drunter gehen. Noch Platz. Kommt sogar ein dicker Mann drunter. Dann eine dicke Frau. Dann eine schwangere Frau. Dann schwangerer Mann. Der sagt, er sei schwanger, weil er nicht der dick ist. Das ist ein kleines bisschen eigenartig. Das ist ja natürlich. Das Sound ist eh nicht wie an Reisen 3, aber ich finde den irgendwie besser. Ich finde es besser als meine Erinnerung ausweisen. Aber ich bin der Wagen schon lange nicht mehr gefahren. Hier in den FH4 noch gar nicht. Ich meine, das Sound ist im Vergleich zu FH3 relativ ähnlich. Ich meine, hier hört er sich noch ein bisschen besser an. Und relativ cooler Sound. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt in dem Auto so ein V8 irgendwie sehr geil finden würde. Bei jedem das eigene, ne? Das sind doch diese Leute, die natürlich generell sagen, so, das sind nur vier Zylinder, das ist ein Kack-Undra, da muss ein V8 rein oder sowas. Natürlich ist ein V8 geiler als ein Vierzylinder. Aber in dem Golf ist sicherlich auch kein Tum auch drin haben. So, du sagst, eher ein Vierzylinder. Die meisten Säte sich nicht sagen, ja, vier Zylinder macht man im Golf. Eigentlich mehr Sinn. Braucht das generell cool, aber kommt halt aufs Auto an. Ich finde V8, natürlich auch extrem geil. Aber an dem Auto, ich weiß nicht, da sind V8 cool wäre. Vielleicht ein Sechstelinder-Motor. Ich weiß ja, ist ja schwierig. Das ist mir auch bei solchen Autos eigentlich relativ egal, was da für ein Motor drin ist. Weil wenn ich jetzt nicht aber einen krassen Sportwagen fahre, wo der Vierzylinder hätte würde ich natürlich meckern. Weil ich habe nichts gegen Sechstelinder. Wollen wir uns dann auch unterscheiden, ob man jetzt sagt, allgemein Sechstelinder oder eine bestimmte Bauart. Wenn ich ein Rhein-Sechstelinder oder ein V6-Motor. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ich denke, ich würde vielleicht sagen, äh, war nur eine Sechstelinder, ist doch kacke. In 100 Meter, Ich magst du Torsche? Ja. Ja, die haben auch 6,6 an der Box der Motoren. Wie sie magst du die denn? Ja, das war was anderes. Die haben auch nur Sechstelinder. Wie viel das stört, das sei irgendwie kein Verachter drin ist. Ich glaube, ich habe noch nie eingesehen, wenn das gestört wird. Das ist dann einfach kein Verachter oder kein Verachter oder kein Verachter oder kein irgendwas. Ich glaube, generell, dass ein 911er wirkst du an der Boxen Motorrad erstört, glaube ich, kommen wir mal. Der Motor ist so klein. Ja, gut. Mittlerweile gedacht sind wir an 1.2 oder jetzt noch mal 2. Haben wir noch der Liter Motoren? Der Turbo? Ich meine, geht da eher das 4 Liter Hubbaum mit 6 Zylindern. Ich kann mein Auto wirklich so genug bauen mit der Zylinderanzahl. In 400 Metern rechts abbiegen. Das soll eigentlich mal schon bei 6 Zylindern frohen sein, wenn man ein Rennen mit dem Rennen hat. Da haben wir einige sogar noch weniger. Rechts abbiegen. Oder ich meine, zum Beispiel eine in 200 E.R.S. mehr Hubraum als ein Ferrari mit 84 GTB. Links abbiegen. Und hat genauso viel wie ein McLaren Senna. noch Fragen? Ich glaube nicht. Warum ist nicht alles, ne? Gibt ja noch sowas wie Turbolader, Depressor, oder auch ich auch gerne mal beides. Das gibt es natürlich auch bei Autos. Ja, sowohl als auch Turbolader. Ist generell keine demnich idee. Ist wirklich nicht. weil Turbo wäre dann ja eigentlich für den oberen Bereich, oberen Drießerbereich und für den unteren. Der Kompressor hat halt untenrum vier Leistungen, aber Turbo obenrum vier Leistungen. Irgendwann ist eigentlich aus performance-technischer Sicht keine dumme Idee. Hat halt nur bei den meisten Versuchen nicht so ganz in der Praxis geklappt. Oder gab ein wenig Probleme. Was man so sagen darf. Oder hatte ich nicht ein guter Saugmotor und einfach den Hochzüchter mit der Leistung. Hat mit eventuell viel Raum. Weil es gibt auch Saugmotoren mit sehr, sehr viel Leistung. Ich glaube mit einer der aktuell stärksten Saugmotoren glaube ich Ferrari. im 812 Superfast hat er sehr mäßig 800 PS Saugmotor. Kann man machen glaube ich. Also nix wirklich mit Downsizing in diesem Modell. Was gibt es noch für sehr starke Saugmotoren? Also aktuell. Natürlich wird es aktuell immer weniger was Saugmotoren angeht. Also eigentlich ist heutzutage in GT3 auch schon ein starker Saugmotor mit 520 PS. Das ist schon nicht übel. Weil viele auf Turbo umgestiegen sind oder sich umsteigen müssen. Das ist halt Sauger. Also vor allem vom Sound. Alter natürlich Huracan, alter Aventador. Also mal Saugmotoren, alter Junge. Ordentlich Leistung. Natürlich mit Turbo wäre da noch mehr los, alter. Jetzt würde ich mal ein Aventador oder so mit Trintoro vor. Was da an Leistung geht. Ich glaube generell Leistung mit einem Aventador. Das ist mit dem Hubraum ist schon eine ordentliche Leistung. Mein 600 Liter 770 PS im SVJ. Oder halt auch teilweise im Schild-Grenario. Ist jetzt schon keine schlechte Leistung. Das ist schon ziemlich gut. Die 3 ist halt auch für 4 Liter Leistung dann 520 PS. Ich meine das sind 130 PS Liter Leistung. Das ist einfach nur krank. Oh. Das war nicht gut. Es gibt wirklich kaum Serienautos die mehr als 130 PS Liter Leistung haben. Das sind nicht viele. Ich weiß nicht, weil oben von der Leistung spielen hat noch einen 18. Spider 458 Speciale. Oh ja. Was ist denn los mit dem Wagen? Man. Die Leistung haben halt auch natürlich Huracan oder so R8 hat noch relativ viel Raum. Die Amis machen ein riesen Motor weil warum auch nicht den Drehmoment wie sonst was wenn was ich 6 hat nur rund 660 erst auf 900 Metern also dadurch wird sich auch keiner das ist weil das Ding das aber oh gott das gesehen steckt leider nicht so gerne diesen weg da sind matthi gass park allrad park gibt ihr so hallo die baustellen das dem wagen errat gut tun würde wenn man dann noch noch mehr Leistung rein machen möchte ich glaube ich aber nicht tun würde das braucht eigentlich gar nicht aber es hat auch vor als eine Frage für Leistung ist geil weil die Räder dabei nur durchdrehen was sie auch kennt sind so für die PS rein zu teilen ja so ja geil Räder dreht durch aber brinkert langsam deswegen auch so ein bisschen mit dem Funko Motorsports F9 cool wenn man böse 1700 PS hat wenn man die Straße bringen kann kann er ist relativ gut schon deutlich schlechte Autos also generell so das gerade auf fort extrem unwillig aber straße ist auch nicht besser König Säck klar so 1360 PS ist cool dass was geht oder aber sich händler drehen durch sind weniger sind auf rennstrecken nicht so schnell das ist deutlich weniger Leistung deutlich schneller zu viel größer halbwegs geht ist Bugatti die können die Leistung auf den Straßen rücken ich finde gerade bei über 1000 PS finde ich jetzt eigentlich eine ziemlich kluge Idee man irgendwie halbwegs Grip hat und nicht nur bis 180 oder so wheels bin hat oder so extrem rein reden muss dass man nicht beschleunigt aber kann sicherlich ein agera oder so auch ohne wheels beschleunigen das dauert dann halt ne da gehen autos mit 1000 PS weniger von der Fall weil sie schneller da will ich das noch die Straße kriegen der Phoenix deck nicht so schwierig auch in launch der geht der zeit 100 oder so nicht wirklich schnell wenn der Griff hat dämp ist er schnell überhaupt gar keine frage bis der grip hat kann schwierig werden weil man einfach mal so reintritt ohne launch control besteuern nicht einfach zu der medal dann hast du komplett verloren das klingt absolut gar nichts die hat möchte das ist auch von allen den erstellern gewollt dass die autos soviel rams machen machen cool das habe ich den körper der fahrzeuge auch ziemlich egal machen oder nicht also die fahrzeuge meistens die so bewegt werden dass sie auch nur alle zwei daran machen müssen hat sie überhaupt fahren werden das war die andere frage aber wie lange wird er gefahren oder schnell auch vor allem da wird nur ich sag mal wie zum rumfahren wird zum rumfahren die gegend davon wirklich schnell bewegt wird etwa für die meisten ist denn diese leistung relativ unnötig so auf 1000 30 zuerst aber ich bin ganz genau zu zehn prozent durch diese version auto und das gibt es auch ganz genau das halt auch gefährlich wenn du sowas keine erfahrung hast dass viele solche autos besitzen mit viel leistung oder halt eben die erfahrung was man solche autos einfach mal so denkst du ach ich tritt einfach mal rein das gas das kann sehr schnell sehr böse wirklich vorsichtig antasten und vor allem natürlich erst mal im motor warm fahren kleine viele leute starten ihr auto und gehen denn direkt schon ziemlich viel gas und mit dem motor ziemlich hoch das ist furchtbar also da da geht da geht keine decke gehen ich mir mal so alter wird erst mal ruhig war doch die wagen erstmal warm der arme motor wenn du ja was der motor das wird ja auch gar nicht bin ja wirklich und sage ich weiß mal normal zu dem motor nicht gut wenn das was soll einigen auch einfach schlecht egal das ist halt für nicht so sehr schade das ist aber ja vielleicht nicht lieben aber wenigstens ein bisschen darauf achten wenn du dem immer direkt vollgas gibt oder zu viel gas gibt und immer immer so 5.000 umdrehungen regt und wenn es wieder irgendwann wird das hier zurückzahlen rechtlich heute vielleicht nicht in einem jahr aber irgendwann wirst du die kündigung dafür kriegen denn es ist geüle groß in sich wundern ja so wird der meisterschaft 2 abgeschlossen zum lück beide gewonnen dann wird auch ein wenig geld einen wheelspin und einen super wheelspin den ich jetzt auch noch gleich direkt einlösen werde dann gucken wir sie in den nächsten folge war das ist ja noch gar nicht so wahrscheinlich auch kein über krasses auto wahrscheinlichkeit ja irgendwann über a klasse wird es auch nicht gehen oder halt irgendwie ein auto zum spaß haben zum bullshit machen denn vielleicht so ist 223 schnapps zahl ich muss ein ausgeben ihr kriegt ein keks von mir das ist euch schmecken und ich gewinne der schnelle scout habe ich glaube ich schon eigentlich ist er die frage ich habe ich habe dass ich einfach antworten die sein leidlich mal gut gemacht ist vielleicht nichts unglaublich auch ein aufwendiges wo man vielleicht 20 stunden sitzt ich finde es gut immer noch 17 jahren auf dem auto passt ist ja noch ein kumpel business gespendet quasi von eben autos teuer abgekauft hatte ich eigentlich in den spiel gegen die geld sorgen habe und ich will dich nicht viel rennt war eigentlich das ist ja so eine saurige für eigentlich gar nicht so viele rennen aber ich kriege jetzt wird seitdem willst man hat nicht es war eher schlecht ich kann mal kurz zu meiner statistiken gehen ich bin bisher nur 608 rennen gefahren habe davon nicht mal zwei drittel gewonnen deswegen also ich habe gar nicht viele rennen der 911 verfolgt ist das auto die links autoschein rolle ich weiß nicht wie das vermessen wird ich bin aber die meiste zeit sicherlich mit ihm dann gefahren mit dem gt3 davon gehe ich sehr stark aus so genug gezeigt ein gutes teil jetzt die strecken bei der meisterschaft ja erst fand ich besser und der geld fand ich bei beiden strecken war die streckenführung ein wenig unübersichtlich ich habe nicht so wirklich direkt gesehen wo ich hin muss vor allem hier im allradpark da war die strecke oder sie war sehr komisch gemacht aber trotzdem cool ich habe jetzt gewonnen zwar nichts gewonnen aber meisterschaft abgeschlossen das ist für mich das wichtigste dabei sein ist alles dann vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal und tschüss tschüss up your